Das Meer ist euer Ding und ihr liebt Videos? Dann macht mit bei Fast Forward Science, dem Web-Video-Wettbewerb für die Wissenschaft, und zwar beim DFG-Spezialpreis Meerwissen. Vielleicht habt ihr im Unterricht schon mal zur Ozeanversauerung experimentiert oder YouTube nach schwarzen Rauchern durchforstet oder ihr seid in eurem letzten Urlaub mal so richtig abgetaucht, zum Beispiel mit sowas hier. Themen gibt es wie Sand am Meer. Zeigt uns in euren Videos, was euch an Meer- und Meeresforschung fasziniert, welche Fragen ihr habt und wie ihr dem Meer auf den Grund gehen wollt. Und jetzt kommt's. Gewinnen könnt ihr nicht nur Ruhm und Ehre, sondern eine Ausfahrt auf einem echten Forschungsschiff. Von Kiel aus geht es für das Gewinnerteam aufs Meer hinaus, wo es Wissenschaftler vom GEOMAR, dem Herroldzentrum für Ozeanforschung, bei ihrer Arbeit begleitet und auch selbst ein bisschen forscht. Mitmachen könnt ihr, wenn ihr zwischen 14 und 19 Jahren alt seid und uns bis zum 31. Juli euer Meer-Wissen-Video schickt. Und wenn das jetzt zu schnell ging, alle Infos findet ihr unten im Text oder auf fastforward-science.de.